Hier präsentieren wir 5 beste Partyzelte-Tests. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Nexos GM 36090 PE Pavillon Partyzelt Der Nexos GM 36090 PE Pavillon ist ein Artikel in einem kleinen Kostenbereich, den sich jeder leisten kann. Das Gerüst umfasst neu lackierte Stahlrohre. Die Struktur ist in weiß, blau und umweltfreundlich angeboten. Die umweltfreundliche sowie blaue Variante hat innen ein faszinierendes Streifenmuster. Jede Seitenwandfläche hat 3 Hausfenster zum Ausblick. Die Wände sind aus 110 G PE Planen aufgebaut und somit wasserabweisend sowie ebenfalls sicher gegen Sonnenschein. Der Grundriss ist 3 x 3 Meter groß. Die Nexos GM 36090 PE Struktur ist gut für kleine Anlässe an hellen Tagen geeignet. Das Zelt hat nur 2 Seitenwandflächen, die jeweils 3 Fenster für die Besichtigung haben. Der Raum reicht aus, um einen riesigen Tisch zu erstellen, sowie ist für ca. 5 bis 6 Personen bestimmt. Nummer 4. Jom Garten Pavillon 3 x 3 Meter Wenn Sie ein eher kleines Zelt im Freien suchen, dann werfen Sie einen Blick auf dieses Angebot von Jom. Der Garten Pavillon Jom 127135 hat ein Layout von 3 bis 3 Metern. Dies bietet Ihnen ausreichend Platz für ein winziges Ereignis von Menschen. Die kleine Dimension macht es einfach, das Campingzelt aufzustellen, zu demontieren und zu retten. Die Pfosten sind wirklich leicht, aber außergewöhnlich langlebig. Und natürlich sind die Dacheindachanlage und die Wände aus wasserabweisendem Material gefertigt. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass Ihre Gäste planzchen. Die Gartenstruktur Jom 127135 muss eigentlich ein gutes Accessoire für mehrere Verbraucher sein. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 Stabile Zelte Party Zelt 3 x 2 M Modular Pro Wenn Sie eine Party nur für enge Freunde und Haushaltsteilnehmer anbieten, müssen Sie an ein kleines Campingzelt denken. Das Strukture Maqui Party Zelt Modular Pro ist in diesem Fall eine gute Wahl. Die Strukture Maqui Party Outdoor Zelt Modular Pro mag nicht für jeden sein, aber für einige könnte es einfach der Punkt sein. Wenn Sie nur ein kleines Team erwarten und auch so tun, dass Sie aus dem Sonnenlicht heraus bleiben möchten, wird dieses Zelt sicherlich Ihre Anforderungen erfüllen. Nummer 2 Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.